Kupferpflaster Merkst du eigentlich nichts davon. Kann man zügig fahren. Jetzt gehen wir in den Außerring. Zwei, drei Runde. Du darfst du leicht Gas wegnehmen. Du merkst, das bringt schon sehr viel. Dann wieder drauf gehen. Dann beschleunigen. Gas geben. Deine linke Hand ist ein bisschen so weit links. Dann schlägst du die mal rechts bitte. Genau der Ober oder besser wäre noch weiter rechts. Ja die linke Hand ist nicht gut. Ja die rechte. Scheiße. Mach mal die rechte weiter nach rechts bitte. Genau jetzt fahr mal die Kurve rum. Du merkst, das geht super. Du kannst besser gucken. Du kannst besser lenken. Wenn du so offen fährst. Beim nächsten Mal jetzt. Machst du eine knackliche Vollbremsung. So. So jetzt auch Spulei. Okay. Super gebremd. Genau.